Und haben wir heute geschafft? Hat jemand mitgezählt? Ich glaube, das war unsere dritte heute. Okay, äh, Nord- oder Südfrankreich? Ihr dorft entscheiden, wo wir den Franzosen zuerst in die Eier treten. Währenddessen schütte ich mir mal was ein, weil ihr habt wahrscheinlich eh Delay. Oh ne, da kommen schon die Ersten. Nordfrankreich sind sie alle am Brüllen. Oh, ihr seid euch ja einig. Was habt ihr gegen die Nordfranzosen? Sind die schlimmer als die Süden? Die im Süden? Okay, dann Nordfrankreich. Oh, verglickt. Nein. General Cookoff ist late. Das ist jetzt geil. So Hammer. Wir haben Dinge zu diskutieren, bevor ihr reist. Schlampe. Incompetenz will not be tolerated. We cannot allow you to endanger the Iron Curtain project any longer. I'm glad you agree. Dealing with traitors is my responsibility. Yes, and my pleasure. My spies report that the Allies are planning a major naval attack against us. You can cut them off at the refueling station. Land your MCV on a suitable island and destroy the Allies' base and refueling station. Das ist die schlimmste Mission von allen, finde ich. Die ist mir am meisten in Erinnerung als hingeblieben. Die ist auch nicht gerade einfach. Also, die hat schon was. Und vor allem, wenn der Auftrag hier so einfach wäre, wie hier das steht, zerstören Sie die alliierte Werft. Nein, nachdem wir die Werft zerstört haben, steht da, zerstören Sie die alliierte Basis. In Ordnung, in Ordnung, in Ordnung, bestätigt. So, ich will möglichst westlich mit dem Ding, weil wir angegriffen werden von der See aus, von Osten. So, erstmal eine Raffinerie. Und als nächstes das Gebiet der Kunden. So, wir sind ja auf einer kleinen Insel, wie es scheint. Ah, ne, so klein ist die gar nicht. Aber es gibt Erzvorkommen, eine Menge. Das ist schon mal gut. So, sofort. Ja, Sir, in Ordnung, in Ordnung. Sofort, sehr gern, sehr gern, sehr gern, jawohl. In Ordnung, sehr gern, jawohl, in Ordnung. So, Problem in der Mission ist, ähm, die Gegner haben eine riesige Basis. Vorteil in der Mission ist, wir haben Mammutpanzer. Bereit zum Einsatz, bereit zum Einsatz, sofort. Wir haben MIG-Jagdbomber und Mammutpanzer. Sofort, bereit zum Einsatz, in Ordnung, ja, Sir, in Ordnung, in Ordnung, ja, Sir, sehr gern, in Ordnung, in Ordnung, erwarte Ihre Befehle, bestätigt. In Ordnung. Nicht Mammutpanzer, Mammutpanzer. Bestätigt. Jawohl, in Ordnung. Jawohl, sofort, erwarte Ihre Befehle. Wie gut, dass Sie so schnell sind und mithalten können. Vor allem, wie Sie gescoutet haben, einmal drumherum. Melde mich, wie bestätigt in Ordnung. Konstruktion abgeschlossen. Leider nicht möglich, es wird bereits gebar. Wird gewartet in Ordnung. Versteck dich. Ja, Sir. Oder auch nicht. Konstruktion abgeschlossen. Einsatz hier nicht möglich. Wird gebaut. Einheit, äh, wird gebaut. Sehr gut. Wird Ihre Befehle sofort. Natürlich. Wird gebaut. Ach, ja. Ja, die Kirov Luftschiffe wären Kaliber gewesen, aber ich finde die Mikyak Bomber auch klasse. Ja, Sir. In Ordnung. Stirb. Greif doch an. Melde mich, jawohl. Sehr gern. So, wir verteilen natürlich wieder direkt Einheiten. Erwarte Ihre Befehle. Sehr gern. Sofort. Natürlich. Melde mich sofort. In Ordnung. Ich weiß nicht, was ihr da macht, aber bevor ihr irgendwas auslädt, kümmere ich mich da lieber drum. So, ja, Strom. Und gleich Leute auf dem Feld verteilen, damit das Wachstum, wenn das Feld erstmal leer ist, größer ist. So, ich habe in der Mission in Erinnerung, ähm, früh auf Erd zu gehen ist ganz gut. Ihr werdet noch sehen, warum. Oh Gott, das sind genug Infanteristen. Sofort. Melde mich wie befohlen. Sehr gern. Melde mich wie befohlen. Melde mich wie befohlen. Sofort. Wird's gebaut. Ja, Sir. In Ordnung. Das obere Feld brauchen wir noch ein paar. Einheit bereit. Leider nicht gut. Tiberium oder normale? Ich finde die Tiberium-Reihe besser. Melde mich wie befohlen. In Ordnung. Bereit zum Einsatz. Ich kann die Alarmstufe Rot-Reihe nicht ab, seit dem zweiten und dritten Teil. Der dritte Teil war noch grenz-, äh, der zweite Teil war noch grenzwertig in Ordnung, aber der dritte ist ein absolutes No-Go, finde ich. Stimmt, allein Kane macht das Tiberium-Universum schon viel besser. Es ist wirklich so. Und wir scouten hier mal ein bisschen. Oh, das ist eine Menge, was da kommt. Egal, mit dem Panzer jetzt haben wir mehr. Wieso fokussen sie den? Das ist total sinnlos. So, ich glaube, ich brauche drei Flugfelder circa. Ich mache mal lieber vier. Ich gehe mal lieber da hin. Das Problem ist, mit Jagdbomber sind ziemlich teuer, wie ihr schon gesehen habt, 1200. Einheit bereit. Konstruktion abgeschossen. Spelde mich auf, bestätigt. Wird gebaut. THQ war ein super Hersteller, fand ich. Nur, äh, mit ein wenig, wenig bisschen Geld. Bereit. Wird gebaut. Konstruktion abgeschossen. Unzureichende Finanzmittel. Komm, bauen wir erstmal den Miggyagdbomber zu Ende. Genau wegen den Dingern habe ich die Miggyagdbomber gebaut. Das sind ultra-böse Teile, mit denen man sich nicht anlegen sollte. Okay, das ging jetzt gut aus. Wenn man sie früher kennt, sind sie keine Gefahr. Ja, die können unsere Basis innerhalb von kürzester Zeit auseinandernehmen. Das sind halt Schlachtschiffe. Wird gebaut. Wird gebaut. Da, genau wegen denen habe ich die gebaut. Weil eins dieser Schlachtschiffe hält meistens vier an. Und ist für uns nicht erreichbar, außer per, halt, Lufteinheiten. Okay, wir bräuchten acht. Die Frage ist, will ich jetzt noch ein paar Flughäfen bauen? Ich glaube nicht. Ja, Sir. Ja, Sir. Sehr gern. Wird gebaut. Ja, Sir. In Ordnung. Wird gebaut. So, wir sind gleich wieder pleite, weil wir zu viel bauen. Einserfahrzeug. In Ordnung. Wenn man einschreiben muss. Wenn man auf DHQ Spiele Werbung schalten kann. Auf YouTube. Ne, keine Ahnung. Ja, Sir. Ja, Sir. Bestätigt. 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 Ups. Ich habe mich noch gewundert, was explodiert ist und wollte Leertaste gucken, was Starkworth mäßig zum letzten Ereignis springen. Aber nein, klappt ja nicht. In Ordnung. In Ordnung. Ja, Sir. In Ordnung. Spionageflugzeug bereit. Erwart Ihre Befehle. Melde mich wie befohlen. Wird gebaut. Unzureichende Finanzmittel. Ja, wir haben kein Geld. Ich bin echt viele Sachen gleichzeitig am Bauen. Ja, Sir. In Ordnung. In Ordnung. Was ist das denn? Ja, was ist das denn? Gleich ist es nichts mehr. Ein Schlachtschiff auch noch. Oh, zwei Kanonenboote. Weg hier. Oh, fuck. Weg hier. Ich glaube, wir haben den Hafen von ihnen gefunden. Meldet mich bestätigt. Bestätigt. Konstruktion. Nach dem Schloss. Ein, Herr, verloh. Ja, es geht los. Ihr Einsatzfahrzeug. In Ordnung. Sind die alle tot? Wie ist das denn jetzt passiert? Ihr Einsatzfahrzeug. Bestätigt. Ja, Sir. Ja, Sir. Erwartet Ihre Befehle. In Ordnung. Welte mich wie befohlen. Welte mich wie befohlen. Ja, Sir. Bereit zum Einladen. Zum Glück haben wir überall Leute dadurch, dass wir das Erz beschützen wollen, stationiert. In Ordnung. Bestätigt. Bestätigt. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. Ich bin in Ordnung. Ja, Sir. Ja, Sir. Bestätigt. Ich lasse mal jetzt an den Küsten, wo die bis jetzt gelandet sind, ein paar Panzer stehen. Und sorgt doch für mehr Flughäfen. Ich lande hier mal mit Infanterie, weil da eine Geldkiste ist. Sehr gut. Danke. Wird gebaut. Wird gebaut. Ja, Sir. In Ordnung. In Ordnung. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, so, den will ich immer noch weg haben. Ein bisschen näher rangehen. So, wir haben jetzt gleich genug Mix, um halt so ein Teil zu one-hitten. Ja, die Alliierten haben zwar eigentlich überhaupt keine vernünftigen Landeinheiten, aber dafür sind die Marineeinheiten der Alliierten in diesem Spiel verdammt immer. Genauso wie in Alarmstufe 2 und 3. Ich weiß nicht, wieso sie die Alliierten so auf Marine getrimmt haben, keine Ahnung. Das brauchen wir nicht. Acht sind genug. Ah, Seite wechseln. Von da unten. Ja, ihr seht schon, das Ding macht gut Schaden. Danke. Macht das Ding Viehschaden an einem Panzer? Nee, okay. Wird gebaut. Melde mich wie befohlen. Ja, Sir. Ja, Sir. Melde mich wie befohlen. Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, Sir. Bestätigt. Und ihr macht den? Ja. Ja, Sir. Untertitelung des ZDF, 2020